Hey Leute, wir haben Neuigkeiten über das kommende GTA 6 und es klingt ziemlich aufregend. Ein Analyst von Zircana, Matt Piscatella, hat kürzlich enthüllt, dass dieses Spiel die Gaming-Branche revolutionieren könnte. Es könnte sogar das Gesicht der Branche verändern. Das ist ziemlich großes Kino, oder? Ach, und nicht vergessen, PlayStation-Info zu abonnieren, ihr süßen kleinen Osterhasen. Laut Piscatella soll GTA 6 nicht nur ein Spiel sein, sondern ein Meilenstein, der die gesamte Gaming-Landschaft beeinflussen wird. Er prognostiziert auch, dass 2025, wenn die Zinsen sinken, die Gaming-Industrie einen Aufschwung erleben wird, was für GTA 6 von Vorteil sein könnte. Die Erwartungen an GTA 6 sind astronomisch hoch. Es wird erwartet, dass es mehr Vorbestellungen und Verkäufe am ersten Tag verzeichnen wird, als jedes andere Spiel zuvor. Und wer weiß, vielleicht bricht es sogar die Rekorde seines Vorgängers, GTA 5, das auch Jahre nach seiner Veröffentlichung noch ein Hit ist. Abschließend sei daran erinnert, dass GTA 6 für 2025 geplant ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017